Hallihallo, heute mal ein kleiner Tipp für Umsteiger und die, die es noch werden wollen. Oftmals erscheint Linux ein bisschen komplizierter, sieht man so komische Sachen. Und man fragt sich, das kenne ich alles von Windows gar nicht und vielleicht will ich gar nicht umsteigen. Vielleicht muss man im ersten Schritt gar nicht umsteigen. Man muss sich vielleicht mal eine Windows-Version vom gleichen Programm besorgen. Und dazu habe ich mal so eine Excel-Liste gemacht. Excel-Liste versteht jeder sofort, aber LibreOffice Calc versteht nicht sofort jeder. Gut, was hätten wir hier? Gut, hier ist mein Linux-Betriebszimmer, das heißt so. Und schon klingt alles kompliziert. Sudo mit "-i", klingt kompliziert. Root klingt kompliziert, aber Administrator kennt jeder. Hat jeder auf seinem Windows-Rechen einen Administrator-Zugang. Deshalb habe ich mal so eine kleine Excel-Liste gemacht. Ein bisschen Mühe gemacht. So, ungefähr vergleichbar zu, also in dieser Spalte A, findet ihr Worte, die ihr so kennt. Ja, Excel kennt ihr zum Beispiel. Aber dass ich hier gerade gar nicht Excel benutze, sondern LibreOffice Calc, und dass da eine Datei namens alternativen.xls mit geöffnet ist, das weiß vielleicht nicht jeder. Oder Word kennt wahrscheinlich jeder. Aber LibreOffice weiter nicht. Obwohl es das auch für Windows gibt. Da wäre jetzt vielleicht interessant, da das beides zum Beispiel für Linux und für Windows verfügbar ist, mal die Alternativen zu testen. Die Alternativen. Also wenn ihr die Alternativen alle sowieso benutzt, oder einige davon und den Rest braucht ihr sowieso nicht, dann könnt ihr genauso gut Linux benutzen. Darum geht's. Und hier unten habe ich nochmal eine separate Abteilung, wo ich gesagt habe, ihr sucht vielleicht nach Nero, weil ihr eine CD brennen wollt unter Linux. Heißen die Dinge anders. Gut, da habe ich dann mal so, was könnte man unter Linux vergleichbar dann suchen, obwohl das manchmal so ein bisschen hinkt. RecEdit gibt's nur unter Windows. System Registrierung in dem Sinne gibt's nicht unter Linux, aber es gibt zum Beispiel den Gconf Editor, Dconf Editor und so weiter. So ist das hier gedacht. Administrator kennt ihr, ne, und Admin unter Windows und der heißt halt Root. Unter Linux und Adobe Reader kennt wahrscheinlich zum PDF betrachten. Unter Linux Ubuntu heißt der einfach Dokumentbetrachter, kann das selber, ist aber nicht von Adobe. So, dann habe ich jetzt mal so tabellarisch das hier gemacht Excel. Wenn ich das Wort Excel sage, kapiert das jeder. Ihr bleibt bei Windows, benutzt LibreOffice Calc. Zum Beispiel dieses Programm hier. Ist eine Alternative, kostet nix. Kann man da runterladen. Gibt's genauso für Linux. Ihr seht es hier gerade. Wer damit unter Windows also klar kommt, wer noch gar nicht umsteigen will, der könnte es erstmal unter Windows testen, kann sein altbewährtes Betriebssystem behalten. Da kennt er den Installationsprozess und was man alles machen muss. Kommt in diesem Programm wunderbar zurecht, gewöhnt sich dran und sagt dann, mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Und wenn es das unter Linux gibt, weil Linux kostet ja gar nichts, das ganze Betriebssystem nix, dann nutze ich halt unter Linux. Also die Download-Links, die Programme kosten alle nix. Die sind hier mal gelistet. Wenn ihr zum Beispiel nach Winamp sucht, ein bekannter Audio-Player, Musikhörer, MP3s hören. Winamp kennen viele. Gut, Audacious kennt vielleicht nicht viele, obwohl das auch ein Winamp-Thema hat. Das Programm sieht genauso aus wie Winamp, wenn man es entsprechend einstellt. Habe ich schon mal gezeigt. Gibt es auch unter Linux. Was jetzt zuerst da war, die Windows-Version oder die Linux-Version, das ist uns eigentlich egal. Manche sagen, das ist jetzt doch ganz wichtig. Zuerst war es unter Linux und dann hat man es unter Windows nochmal kompiliert. Gut, Linux sind ja Programme. Die sind zumeist alle Open-Source. Es sei denn, es ist eigentlich ein Windows-Programm, das man nur auf Linux portiert hat. Das läuft hier unter Wine, das Skype für Linux. Gibt es auch. Da habe ich mal geschrieben. Ungefähr vergleichbar zu Google Hangouts. Ihr benutzt Google Hangouts, könntet ihr auch unter Windows genauso gut Skype benutzen oder unter Linux, Skype für Linux. Oder ihr benutzt sowieso nur Skype und benutzt dann auch Skype und immer noch Skype. oder Skype und benutzt Google Hangouts. Gut, das ist dann eh webbasiert und plattformunabhängig. Gut, also wie gesagt, diese Abteilung gibt es für beide Betriebssysteme und meistens sogar auch für Mac, wenn es nicht sowieso alle auch für Mac gibt. Die Programme, die Open-Source sind, meistens so aus der Linux-Gegend beheimatet. Ja, wie gesagt, ist ja egal, wo es mal ursprünglich entwickelt wurde für Windows und dann portiert auf Linux oder er auf Linux entwickelt und portiert auf Windows oder auf Mac entwickelt und portiert für Windows und Linux. Jedenfalls gibt es das für beide. Beide. Und wer jetzt bei Windows noch bleiben will, der kann erstmal mit den Programmen rum. Und wenn er dann auf die verzichten kann, die hier gelistet sind, dann kann er sich ja überlegen, kann er beides benutzen. Gut, ist ihm dann überlassen. Hier unten die Abteilung, wie gesagt, das ist so, ja, wonach müsste ich suchen, wenn ich etwas Vergleichbares haben wollte, wie ein Nero- und Brennprogramm. Dann müsste ich nach K3B suchen. Hier unter Linux, Ubuntu oder Brasero zum Beispiel. Und es gibt noch viele, viele, viele andere mehr. Also dann gibt es diese Programme teilweise nicht für Windows, weil das halt einfach plattformspezifisch ist für Linux. Zum Beispiel gibt es unter Windows eine Command-Comp oder Command. Na, CMD. Kennt ihr vielleicht, dass ihr da mal was eingeben könnt und eintippen könnt in so einer Art. Konsole oder Terminal. Und bei Linux heißt das halt Gnom-Terminal, zum Beispiel hier unter Linux, Ubuntu oder Konsole. Und so weiter. Die Liste vielleicht mal ausdrucken. Ich mache jetzt keinen Download-Link. Da könnte ich zwar auf Ubuntu-One hochladen. Ich habe einen Ubuntu-One-Account. Aber ihr haltet das Video am besten mal an. Macht einen Screenshot mit der Taste Druck. Druck. Und gut ist das. Ich hoffe, ihr ihm geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Juristen. Und tschüss. Druck.